Hallo liebe Freunde von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Westen bis Osten. Ich bin euer Nixan und das hier ist Giant Citizen Kabuto. Und es darf endlich weitergehen, juhu. Ist ja auch schon so lange her, dass das letzte Video kam, ist klar. Gut, wir gehen weiter, wir spielen weiter, was auch immer, im Singleplayer-Modus und zwar Delphi's Story 5, Königin Sappho. Ja, wir erinnern uns, beim letzten Mal haben wir die gigantische Reaper-Flotte versenkt. Ja, das war wirklich die gigantischste Flotte aller Zeiten. Und offiziell steht uns ja jetzt noch ein Rennen bevor, so quasi vor dem Palast. Also das letzte Rennen soll uns ja quasi am geheimen Palast präsentiert werden. Und ich denke mal, genau das kommt jetzt, oder? Ja, Ladebildschirm. Bäh. Ja, Ladebildschirm, zeig's mir, wollte ich eigentlich sagen. Wäre voll spontan gewesen und so, wenn ich sprechen könnte. Verdammt. Okay, ja, Missionsziel, die Winde, das letzte Rennen. Ähm, was? Moment. Was? Was? Ich hab keine Ahnung. Ähm, also ich versuch grad irgendwie zu erfahren, was jetzt irgendwie dieses Missionsziel mir sagen will. Aber, ähm, da steht, ja, du hast es zum geheimen Palast, äh, äh, geschafft. Aber, scheiße, was soll's? Gewinn das letzte Rennen trotzdem. Und, äh, 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 füge Verspottung den Verletzungen hinzu. Vielen Verletzungen, oder? Ich weiß es nicht, also, äh, so würde ich es jetzt übersetzen, aber, ähm, Injury, ich weiß es nicht. Ich, ich nehme an, es sind Verletzungen, aber ist egal, ich, ich verstehe es nicht und es ist okay. Fahren wir einfach los, bevor ich hier noch völlig verzweifle. Und, Mensch, das ist das erste Mal seit einer Ewigkeit, dass da nochmal eine richtig schöne Missionsbeschreibung standen hat, wo wirklich ein bisschen witzig sein soll, will, was auch immer. Und ich kann es nicht lesen. Das ist zum Kotzen. Ja, Mensch, dann ist mit meinen Englischfähigkeiten dann doch nicht so weit her, ne? Ich bräuchte ein bisschen Munition, aber ich brauche nicht unbedingt Zielsuchraketen. Die brauchen wir jetzt, solange sie ihr Ziel gefunden haben. Das ist mit so ein Problem. Ach, diese Zielsuchraketen, ich muss ihn erstmal dem Gegner anvisieren, damit sie funktionieren. Ihr seht das hier gerade. Und dann fliegen sie gegen die Wand. Yay. In der Zeit hätte ich eine normale Rakete geschossen und hätte den Gegner weggeräumt, aber man muss erst mal eine normale Rakete haben. So eine wie die hier zum Beispiel. Sehr schön. So, letztes Rennen und so, ne? Genau. Oh, hier geht es nochmal im Turbo, das ist gut. Nutzen wir die doch und geben ein bisschen Gas. Ja, eigentlich wäre es ja völlig unnötig. Das wollte uns die Missionsbeschreibung eigentlich sagen. Eigentlich wäre es völlig unnötig, dieses Rennen noch zu fahren, weil wir wollten nur zu Saphos Palast und dort sind wir. Und hallo, ich meine, der große Preis des Rennens ist, dass wir Kabuto geopfert werden dürfen. Was bringt es uns, wenn wir das Rennen noch gewinnen? Aber, wenn wir schon dabei sind, die Reaper irgendwie ein bisschen zu demütigen, dann machen wir es doch gleich richtig. Und ja, genau das machen wir jetzt. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob ich gespannt bin? Ne. Hier hinter diesen Mauern ist so eine Art Gefängnis und hier sind auch überall Sea Reaper und hier ist keine Kaserne. Gut zu wissen. Also auf der linken Seite, wo ganz viele Sea Reaper gestanden haben, da könnte auch theoretisch eine Kaserne sein, aber offensichtlich nicht in der Praxis. Oh, da ist ein Haus. Oder eine Scheune oder was auch immer. Oh. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht um die Kurven zu fahren. Einen Turbo noch. Ist das eine Abkürzung an der Seite? Ich weiß es nicht, das sah irgendwie komisch aus. Und eine kleine Smarty-Siedlung. Yay, haben wir auch ewig nicht mehr gesehen. So richtige Smarty-Siedlungen und so. So, das war ein Gruß. Aber er lebt noch. Er hat noch ein bisschen Zeit, dass ich ihm da runterhole. Ich sollte mal ein bisschen ordentlicher fahren und ein bisschen Gas geben, damit ich die Kerle hier kriege. Währenddessen erklären wir mal noch kurz was. Also, Luma-Fan hatte mich ja gefragt, ob die Steuerung von dem Reaper-Ski jetzt schwierig ist oder nicht. Und ich würde sagen, nein, ist nicht schwierig. Weil, ja, es ist ein bisschen ungewohnt von der Steuerung her, weil es halt mal ein Wasserfahrzeug ist. Und wie gesagt, Wasser... Also, habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, schon mal erklärt. Also, Wasserfahrzeuge reagieren halt gerne mal ein bisschen verzögert. Aber das macht die Steuerung jetzt nicht zwingend schwierig, sondern nur eben ein bisschen verzögert. Man muss sich nur dran gewöhnen. Ansonsten ist die Steuerung super direkt. Also, ich steuere ja mit der Maus. Ich könnte auch mit der Tastatur steuern, aber ich steuere lieber mit der Maus. Weil jede Bewegung, die ich mit der Maus mache, wird eins zu eins wirklich von dem Reaper-Ski übernommen. Das heißt, wenn ich die Maus jetzt stark nach rechts bewege, mache ich jetzt gleich mal, dann macht der schlagartig eine Rechtskurve. So, wie es sein sollte, wenn man halt mal irgendwie stark lenkt. Warum bin ich so langsam? Oder warum sind die so schnell? Oder beides? Ich verstehe es gerade nicht. Ja, wie gesagt, die Bewegung wird eins zu eins direkt übernommen. Superschnell. Ist also gar kein Problem. Aber, das Problem ist halt, wie gesagt, wir sind ein Wasserfahrzeug und da hat man halt eine gewisse Verzögerung, bis die Richtung gewechselt wird. Also, selbst wenn das Fahrzeug sich um 90 Grad dreht, heißt das nicht, dass wir auch gleichzeitig die Fahrtrichtung um 90 Grad drehen. So, jetzt würde ich gerne mal wissen, wo die sind. Da waren doch eben noch zwei Stück direkt vor mir. Den Tor wollte ich vielleicht doch besser nicht holen. Gut, gut zu wissen, hier könnte man eine riesen Abkürzung nehmen, wenn man einen Checkpoint auslässt. Was? Oh. Faszinierend. Sogar wenn er zersplattert ist, macht er seinen Job noch. Schön. Schön, wie er immer dieses Horn bläst, selbst wenn er schon tot ist und diesmal wirklich war nur noch Muß von ihm übrig und ein roter Fleck am Boden. Aber das hat ihn auch nicht daran gehindert, seinen Job zu machen. Tja. Der Mann hält durch bis zur letzten Minute. Oh, verdammt. Aber ich frage mich jetzt ernsthaft, wo sind diese Typen hin, die die ganze Zeit vor mir waren? Sind die jetzt hinter mir? Sind das die, die mich gerade überholen wollten? Man weiß nicht. Okay, jetzt mal fahre ich wieder rechts rum, weil dann komme ich bis an den Turbo. Oh, ich hätte noch Flüchte. Wow. Na egal. Setzen wir halt einen mehr ein. Und, äh, wäh. Was war denn jetzt gerade? Was halt auch sehr praktisch ist bei dieser Wassersteuerung und so. Im Prinzip hat man zwar diese Verzögerung bei der Steuerung, das heißt, man trifft noch in eine Richtung weiter, obwohl man schon in eine andere Richtung lenkt und das Fahrzeug auch schon in eine andere Richtung gedreht ist. Aber, wenn ich in dem Moment ein Turbo einsetze, dann kriege ich schlagartig so einen Boost in diese Richtung, die ich gerade gucke, oder in die ich gerade fahren will, dass wirklich dieses Driften komplett aufgehoben wird. Also, das heißt, der Booster ist nicht nur praktisch, um sich zu beschleunigen, sondern auch, um schnell mal die Richtung zu korrigieren, weil man halt wirklich schlagartig genau in die Richtung katapultiert wird, in die man fahren will. Das macht es auch leichter, Sachen einzusammeln, wie jetzt zum Beispiel in den Turbo. Normalerweise wäre ich noch weiter nach rechts gedriftet, ohne dass ich was dagegen hätte machen können. So bin ich halt dann direkt in den Turbo reingefahren. So, jetzt lassen wir den Checkpoint mal aus. Und haben hier eine kleine Abkürzung. So groß war sie dann doch nicht, ne? Andererseits, die Reaper hingen ganz schön hinterher. Für den Moment. So, noch zwei Turbos. Da vorne gibt es schon wieder den nächsten. Ich setze mal gleich noch einen ein. Wow. Das war nicht so gut. War auch nicht so beabsichtigt. Das war auch nicht so beabsichtigt. Ich kann es nicht fassen. Ich habe beim Reapers-V-Rennen verloren. Machen wir das Ganze halt nochmal. Das soll es. Verdammt, das gibt es doch nicht. Was habe ich hier gerade getrieben? Also das war ja echt peinlich. Also ich meine, das eine Mal, dass ich einen Checkpoint ausgelassen hatte, das war ja praktisch Absicht, weil ich wollte ja abkürzen, was so viel jetzt auch nicht gebracht hat, wie ich gedacht hätte. Aber die anderen beiden, das war echt total scheiße. Und das ist genau das, was ich halt gerade versucht habe zu erklären mit der Steuerung. Man hat eben diese Verzögerung. Das heißt, wenn man schon sich in eine Richtung bewegt, dann ist es zwar möglich, die Richtung zu ändern, aber es dauert halt einen Moment, bis man es geschafft hat, die Richtung zu ändern. Deshalb fahre ich so oft gegen irgendwelche Sachen dagegen. Und deshalb habe ich jetzt eben gerade zwei Checkpoints verpasst. So. Es wäre cool, wenn ihr euch jetzt mal hinten anstellt, weil ich bin derjenige, der das Rennen gewinnen will. Ja, okay, der wollte wahrscheinlich auch gewinnen. So gegebenermaßen, aber tschüss. Ich muss das Rennen gewinnen, weil das ist mein Missionsziel, auch wenn es mir gar nichts bringt. So nebenbei, was mich schon immer gestört hat an diesem Reaper-Ski-Rennen ist, man hat nirgends eine Anzeige, welche Platzierung man hat. Das ist ja auch das Problem von vorhin, dass ich gedacht habe, wir haben zwei Gegner vor uns und die waren nicht mehr zu sehen, nirgends. Und es gibt keine Möglichkeit zu überprüfen, ob ich jetzt Erster bin oder nicht, weil die Eins, die im Moment oben in der Mitte steht, ist ja die Rundenzahl, nicht meine Platzierung. Und die Lampen nebenan der Seite, heißt ja nur, dass ich drei Fehler machen darf, beziehungsweise eigentlich darf ich zwei Fehler machen, beim dritten habe ich verloren. Ich habe gerade den Schatten an der Wand, oder was auch immer das war, einen Riss oder so, für den Sea Reaper gehalten, deshalb habe ich mal geschossen. war unnötig, okay. Gut, gut. Wir sehen auf jeden Fall ein riesiges Landgebiet, um das wir hier so rumfahren, mit sehr seltsamen Felswänden, teilweise. Also teilweise sehen sie sehr unnatürlich aus, hier sieht es schon etwas natürlicher aus. Natürlich für Giants Verhältnisse, nicht natürlich für, kommt so in der Natur vor. Ja, aber wir werden dieses Gebiet noch etwas näher in Augenschein nehmen dürfen. Nee, keine Ahnung. Komischer Satz macht keinen Sinn. Wir werden das Gebiet noch genauer erkunden dürfen. Sagen wir es so. Das ist dann, ihr könnt mich doch mal gerne haben. Das habe ich wegen den Pennern hier gerade mit dem Checkpoint verpasst. Und dann schieße ich auch noch nur in die Luft. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, egal. Wenn sie mich hier überholen, ist nicht schlimm. Hauptsache ich überhole sie vor dem Ziel. Und ich brauche Paket. Delphi, du machst mir Sorgen. Du machst mir ernsthaft Sorgen, Mädel. Noch ein Fehler und ich kann das Rennen noch mal von vorne anfangen. Gibt es das eigentlich? Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal dieses Rennen hier verloren hätte. Und ich habe das Spiel wirklich relativ oft gespielt und auch die Rennen öfters mal gespielt. Selbst wenn ich es nicht mehr sein musste. Obwohl es durchaus Missionen gibt, die ich nie überspiele. Aber Hallo? Was zum Geier ist hier gerade los? Warum baue ich hier eine Scheiße und warum fährt ihr so weiter vorne? Okay, das war zwar ein Treffer. Und irgendwie wurde das scheinbar nochmal getroffen von der Rakete, die schon lange nicht mehr da war. Aber ja, mein Ding. Gut, der zweite Rippe war dann auf jeden Fall ein bisschen verlangsamt. Ich habe den Turbo schon gerne mitgenommen. Ich habe den Turbo schon gerne mitgenommen. Das ist schon wieder direkt hinter mir. Schwein. Naja, eigentlich eher Reaper als Schwein. Was mache ich gerade? Das hier wird die lustige Fail-Parade des Tages oder so. Ich fasse es nicht. Wie schwer kann das eigentlich sein, dieses Rennen zu Ende zu fahren? Habe ich es schon mal irgendwann über Runde 3 rausgeschafft heute? Nö, ne? Ich glaube nicht. Oh, ja. Ja, sehr guter Start. Gleich mal ein Checkpoint am Anfang verpasst. Weil ich drum herum gerammt würde. Okay, ich habe eine Idee. Wir starten das Rennen jetzt nochmal neu. Weil es so schön ist, ne? Also das ist ja mal wirklich mega scheiße gewesen gerade. Also mega scheiß anfangen und so. Was für ein beschissener Start. Okay. Konzentrier dich, Nixan. Es ist nicht schwer. Konzentrier dich auf die Fahrerei. Versuch möglichst wenig zu rammen. Versuch direkt durch die Checkpoints zu fahren. Fahr nicht gegen Wände. Sammel den Scheiß hier ein, auch wenn er nichts bringt. Na, na, na. Eine Zielsucht-Rakete hier. Wusch. Yay, war ein Treffer. Wer hätte das gedacht? Es war ja auch eine Zielsucht-Rakete. Ach, die springen sowieso zweimal. Auch wenn sie nur einmal getroffen werden. Oder wie soll ich das gerade nicht gehen? Interessant. Naja, okay, zur Kenntnis genommen. So, und da vorne fährt immer noch einer, der schneller ist als ich. Okay, und jetzt habe ich ihn überholt oder was? Oder er ist irgendwo seitlich von mir? Oder weiß der Geier? Oh. Trafhahnse, die Schweine. Der könnte man natürlich auch gut abkürzen, wenn man einfach die Checkpoints auslässt. Einfach von einem Checkpoint zum übernächsten fahren und dann wird man sich eine Riesenkurve oder zwei Riesenkurven sparen. Aber andererseits können wir es uns nicht leisten, so viele Checkpoints auszulassen, weil wie ich jetzt ja erfolgreich mittlerweile dreimal demonstriert habe, ist das nicht so sehr vorteilhaft, wenn man die Checkpoints auslässt. Kann in die Hose gehen. So, jetzt versuchen wir mal hier den Turbo wieder mitzunehmen zur Abwechslung. Wenn ich gleich wieder ordentlich Turbo habe. Genau, dankeschön. Und dann versuchen wir noch ein bisschen die Kurven zu kriegen, um die Reaper hinter uns zu lassen und überhaupt nicht sowieso. So, die sind immer noch so verdammt dicht an mir dran. So, den holen wir nicht mit. Weil der zu weit außen ist, brauche ich zu lange für die Kurve. Dem gehen wir noch ein Präsent. Achso, geht nicht. Ich war ein Ziel zu Raketen, den kann ich gar nicht auf den abschießen. So ein Scheiß. Ich glaube, er lebt noch. Er hat mal so komisch da gelegen. Also, könnte durchaus sein. Die sind schon wieder so dicht angetragen. Was soll ich noch machen? Ich gebe Turbo, Turbo, noch mehr Turbo. Und trotzdem. Ich könnte höchstens noch Raketen nach hinten schießen. Das ist die Option, hätte ich noch. Aber, was habe ich davon? Und warum kriegt man in der Mission hier eigentlich zum ersten Mal bevorzugt Zielsuchraketen? Die ganze Zeit war es ja so, dass eigentlich eher die normalen Raketen auf unserer Strecke lagen und die Zielsuchraketen eher etwas weiter außen. Jetzt ist es aber eher so, dass die Zielsuchraketen auf der Strecke liegen. Also, auf meiner Fahrtroute. Und die normalen Raketen weiter außen. So wie hier jetzt zum Beispiel. Das war komisch. Wollen die unbedingt, dass ich Zielsuchraketen habe? Haben die Programmierer an der Stelle gedacht, es wird leichter, wenn ich Zielsuchraketen habe? Oder haben die gedacht, nee, es wird dann schwerer und deshalb geben wir dir nur Zielsuchraketen, weil wir wollen es ein bisschen schwerer machen. Weil Tatsache ist, die Flak-Raketen, also die ganz normalen, sind viel besser als die Zielsuchraketen. Zielsuchraketen. Ich tue mir gerade echt schwer im Sprechen. Ich sollte aufhören aufzunehmen. Es läuft sowieso alles gerade nur scheiße. Ich sollte wirklich aufhören. Ja, also die Flak-Raketen brauche ich ja nur in die richtige Richtung abzuschießen. Die explodieren schon, wenn sie in die Nähe von einem Gegner kommen. Aber die Zielsuchraketen, die muss ich ja erstmal anvisieren quasi. Also erstmal einen Moment lang den Gegner im Visier behalten, damit die die Richtung finden. Und dann fliegen die erst los. Wie eine Zielsuchraketen halt, weil es Zielsuchraketen sind. Faszinierend. Warum zum Geier waren die gerade auf einmal schon wieder direkt neben mir, obwohl ich die ganze Zeit Boosting gestört habe? Oh, ich glaube, den hat es beim letzten Mal doch runtergehauen. Hinter dem aber nicht dran, seine Pflicht zu tun. Ich bin immer noch schwer beeindruckt von dem Karten. So. Mehr Boost. Aber nicht gerade hier, sondern eher hier. Das kann doch nicht sein. Ich verstehe gerade nicht, was das Problem ist. Ich habe die Rennen auch nicht so schwer in Erinnerung heute. Aber guckt es euch an. Ja. Die machen mir gerade das Leben zur Hölle. Naja, also zur Hölle ist es vielleicht übertrieben, aber... Hallo? Ich gebe doch wirklich schon nur noch Gas. Ich bin nur noch auf dem Boost-Knopf und trotzdem überholen mich alle naselang. Kann doch nicht sein. So, jetzt verteilen sie sich da hinten ein bisschen. Sind unendlich weit weg von mir. Ja. Und gleich sind sie wieder direkt hinter mir oder so. Müssen die hier vielleicht die Kurven nicht fahren? Fahren die geradeaus? Sind die deshalb schneller? Ne, die fahren die Strecke wie ich. Die nehmen die Checkpoints mit. Guckt euch das an. Die Mensen sind noch gut weit abgeschlagen und ich wette gleich irgendwo an der Engstelle oder so kommen sie wieder und schieben mich aus der Kurve oder so. Ich hasse euch. Und das, obwohl ich selbst einer bin. Naja gut. Ich bin ein Weibchen. Ihr seid Menschen. Ihr seid doof. Gut, wenn ich mich so hart in die Kurve lehne, dann muss man natürlich auch sagen, bremst mich das extrem ab. Man hat es gerade gesehen. Deshalb benutze ich normalerweise nach einer Kurve den Turbo und nicht in der Kurve. Aber ja, ich muss ja gucken, dass ich irgendwie meine Geschwindigkeit einigermaßen hochhalte, damit ich hier schnell genug wegkomme, um erster zu werden und das Rennen endlich zu gewinnen. Verdammt. Das wäre Geburt. Muss ich noch eine Runde fahren? Habe ich gerade einen von denen versenkt? Das sah gerade so aus. Muss ich jetzt echt noch eine Runde fahren? Ich habe gedacht, ich wäre irgendwie durch und so. Und ja, Rennen vorbei und ole ole, alles super. Mal gucken, ob ich euch versenken kann.